Ja, moin oder besser guten Abend. Wir haben uns gedacht, wir spielen mal eine Runde Garrys Mod, eine Runde Prop an, für alle die es nicht kennen. Die einen sind die Hunter und die anderen sind die Props. Die Props können sich in irgendwelche Gegenstände in der Umgebung verwandeln. Und ja, das Ziel ist es, sich in irgendein, also ein bestmöglichstes Versteck auszusuchen und die Hunter müssen halt, bevor die Zeit abläuft, die Props finden und zur Strecke bringen. Ja, das war es auch schon eigentlich. Ich würde sagen, legen wir mal los, ne? Oh. Oh, war geil. Ja, hör mal. So. Kann es sein, dass ich jetzt gerade die Runde aussetzen muss? Äh, kein Plan. Äh, äh. Hast du denn keine... Ja gut, ich glaube, hier hat jemand ein bisschen zu schnell ein Team gewählt. Ich würde nicht sagen, ein bisschen schlafen ist, aber es war lauf. Ah, nee, warte. Jetzt bin ich... Oh, jetzt sind wir Hunter. Oh, auch egal. Homo. Ey, ey. Lop. Lop. Gut. Alter. Mal sehen, ob Kevin dann überhaupt überlebt. Der schafft es ja nicht ohne Melone im Kühlschrank. Mit Potsau. Ach, du heiliger Scheiße. Ich würde nicht sagen, dass ich gestuckt bin, ne? Aber irgendwie... Sind hier viele Glasflaschen, ey. Haha. Alter. Okay. Ah. Oh. Oh, go, 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 go. Ja, ja, wir suchen euch. Okay, hier macht jemand den Türspektakel. Hahaha. Alter. Warum müssen hier eigentlich 10.000 Melonen in der Gegend rumfliegen, ey. Wer randaliert ja gerade die Fässer durch die Gegend. Nee, ich muss ja wissen, ob da ein Fass für so'n Mongo ist. Hahaha. Hahaha. Das sieht auch immer so Mongo aus, ne? Ey, das sieht aus wie nach so'ner, weiß ich nicht, nach so'ner Räumung von so'nem nuklearen irgendwas, da weiß ich nicht. Weißt du, zwei Vollidioten in weißen Anzügen randalieren durch die Bude mit Gewehren und schmeißen alles durcheinander, Alter. Hahaha. Welche Kinder haben wir in die Tür blockiert? Alter. Ich steck genau dahinter fest. Alter. Sehr nice. Ja, hopp, die Tür kriegt man nicht auf. Holy God, jawoll, ey. Bödes Ding. Ey, die kriegt man nicht auf. Alter, man kriegt sogar Leben abgezogen, wenn man die Tür anballert, Alter. Oh, Lars ist der Cheaterschlampe. Ja, hallo, ich kann doch überhaupt die Tür. Alter. Ey, Kevin ist sicherlich auch da im Raum und guckt ganz fettig. Hahaha. Das weiß ich nicht. Oh, wollt ihr mich verarschen? Wie viele Fässer sind denn das, ey? Deswegen hab ich die alone geschmissen wie so'n Horst. Alter. Hallo? Hallo? Die Karte sollte lieber Gorleben heißen oder sowas. Hahaha. Juhu. Ah, das ist doch oberschwul. So, Lars... Ja, geil, Alter. Lars gewinnt wegen Türvorteil, oder was? Ja. Ja, Lars hat's dich. Ja, Lars hat's dich. Ja, Lars hat's dich. Alles klar, ich spreng ihn auf. Hahaha. Hab ich auch schon versucht. Geht nicht, schade. Ah, Kevin, du bist 100% pro da auch im Raum und guckst, wie er so gay und... Ne. Hahaha. Nicht. Allein schon wie angepisst du ja alles durch die Gegend schmeißt, ey. Muss ja auch. Ich wünschte mir, ich hätte noch so ne Gaygranate. Oh, Wassermelonen, Alter. Alter. Verfickte Kacke, Alter. Ich bin um die Ecke und da stupft sich so ne komisches Abführmittel ab. Ah, völlig trotzdem. Oh. 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 Komm, Dave. Ja, ne, schieß einfach irgendwo gegen, das kann man nicht gewinnen, weil... Okay, warte mal. Nein. So, komm mal jetzt. Da hinten ist gar nix. Wir kriegen die Tür los, oder? Verliert ihr wieder gegen den? Ey, und Gerhard. Ach, Gerhard ist ja auch noch im Channel, Alter, ne? Ja, wieder mal. Den mag ja keiner. Oh, geil. Übrigens, übrigens Gerhard, ich hoffe, du hast kein Problem damit, dass das hier auf YouTube kommt. Was? Ne, Latex. Hm? Wo sind denn jetzt die fucking Küche hier, Alter? Oh, ich werd hier gleich echt ein bisschen, äh, Charlie. Nein, was ist denn das hier? Ach, wir sind wieder Jäger. Ja, warum auch immer. Mord ist grad merkwürdig. Hm. Mal sehen. War der Meinung, ich hab hier irgend so einen kleinen Box gehört. Hm. Glöö. Schmeiß, schmeiß. Ja, so gehört sich das. Ah, verdammt. Warte mal. Ah, ne. Was ist das denn hier für eine komische Dose überhaupt? Hässlich. Ich wette, wir haben so einen Fass-Gangster hier im Fass-Gangster-Raum. Hier geht's takt, Alter, das kann ja nicht angehen. Tonk, Tonk. Tonk, Tonk, Tonk. Ah, herrlich, ey. Ich weiß, dass hier irgend so ein Schmocko ist. Alter, ich wette einer von... Hast du dich schon mal gedugt, Kevin? Was? Ja, hast du dich schon mal gedugt? Gedugt? Ja. Hast du dich schon mal geduscht? Muss man jetzt so ein bisschen unter dem Boden gucken. Das mach ich schon die ganze Zeit und frag mich, wo die überall rumlaufen. In deinen Arsch. Das geht super. Voll geschehen, ey. Oh, ihr seid jetzt da nicht irgendwo in sonst wie einer Wand rumgestockt oder so, ne? Nö. Aha! Aha! Alter, auch gerade! Weißt du, warst du ne Dose Kirschsaft? Weißt du, ich schieß da mit der Shotgun... Weißt du, das sieht so scheiß aus. Man schießt ne Dose mit der Shotgun ab, auf einmal ist da so ein riesen... Ja, weiß ich nicht, irgend so ein Mega-Blut-Gnauer-Fleck, Alter. Oh, hirnig. Alter, hör auf mich mit Zylindern zu beschmeißen. Ich schieb den gleich hinten rein. Da kannst du dann ruhig sagen, VLC-Media-Player ist gecrashed. Alter... Das sind aber Pylonen und keine Zylinder. Deine Mutter hat einen Zylinder. Meine Fresse! Aha! Ich seh schon, jedes Fass umgeschmissen. Dave war im Raum. Leider. David schmeißt sowieso immer aggressiv alles durch die Gegend. Ja, muss ja, sonst ist kein Spaß. Und unter der Map ist ne coole Bodentextur, obwohl sie keinen interessiert. Oh ja, schmeißt Dosen durch die Gegend. Den ganzen Schrank aus. Was? Alles leer. Kein Pfand drauf. Donk! Ach, Kevin freut sich mal wieder so klefrig. Oh. Wo bist du, Hoden-Kobold, Alter? Hinter dir. Alter, du bist doch so ne dicke Melone, Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich wette, der ist irgendwo ne Zeitung und sitzt wieder in irgendwelchen Schlitzen rum und guckt. Oh, ist mir doch egal, Alter. Melonen-Massaker. Ah. Ah. Fiss. Liff. Scheiße. Lebst du noch? Ne. Ah, du Schmock. Aber bei den Melonen ist er glaube ich nicht. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Seit NRF war wasserresistente Melone. Was heißt denn er wasserresistent, Alter? Ich habe ihm ne Granate, wenn dann hätte ich ihm ja ne Granate ins Gesicht geworfen. Ich wollte Feuer sagen, weil Feuer und Wasser ist was dasselbe. Ey, 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 guck. Oh, können die jetzt nicht mal langsam Kevin filmen? Mann, du. Ey, 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 Delph, guck, 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 guck in irgendwelchen Ritzen bei Schränken oder so. Ich bezweifle, dass Kevin ritzen mag. Ja, doch. Ab und zu schon. Oh, noch. Noch fünf Sekunden dann. Oh, die fände ich eh nicht mehr. Warte, was, die Kiste, die Kiste da. Links, nehm dir die Kiste. Links. Das links. Oh, ey, ey, fette Kevin, wenn du so ein Kobold, ey. Genau, genau das, ja. Ah, da so eine scheiß Anal-Kiste war ne Kiste wo. Oh, obersteil. Jetzt sind wir schon wieder Hunter. Was ist denn das für ne Schiebung, Alter? Was ist denn das für ne Schiebung, Alter? Ich glaub, das ist momentan leicht verpackt, aber egal. Gibt's in Kühlschrank. Oh, fuck. Wechselt man das alle fünfmal und dann mal hoch. Ey, mach damit. Eider stell dir mal vor, Kinder würden so was... Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, Kinder würden so was spielen, Alter. Hör auf damit. Verdammt. Hör auf damit. Okay, wir müssen nach schwulen Leuten, die sich gegenseitig Kitzeln suchen. Oh, oh, guck mal, je nach Küch. Was, 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 was? Oh, guck mal, wie dumm. Oh, Mongos. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Alter, ich bin ne. Ja, ne, das ist keiner hier, glaub ich. Alter, irgendwie bin ich. Wie geil, Alter. Hauptsache, ich bin total unauffällig. Ein riesen Neitzschrank mitten im Raum, Alter. Hauptsache. Oh, ich fäll das nicht auf. Vor allen Dingen... Jetzt ist es, Alter. Dabei wollte ich nur ausprobieren, ob man die Tür von dem Ding aufmachen kann, aber... Ich weiß nicht, warum. Das war wohl ein Schloss und Aufen. Wo muss man denn? Lass hätte das gesehen. Du hast da in den Porno-Raum da drinne. Flash. Die Belote, der Hammer, Alter. Woher? Iiii. Da kommen die beiden Homos aus seinem Bumszimmer raus. Was für ein Bumszimmer, Alter. Ich hab da drin Chinesisch gegessen, wenn's dich interessiert. Mach ja grad nur Fat 360s mit Melonen. Keiner mag grönen Bildschirme. Doch. Du siehst mich hier, Kevin, oder? Ja. Alter, einer von euch ist doch bestimmt hier wieder so ein... Ach, was heißt hier einer von euch? Lars ist bestimmt hier irgendwo in so'n Weichspüler, ey. Oder so'ne Waschmaschine bestimmt, ey. Ich mach mal wieder Fass-Action. Jo. Ja, das ist ja jetzt halt echt assig, Alter. Genau, wir können sagen, bleiben die halt da, wo du warst. Okay. Ich hab das da hinten auch, äh... Wurz' eigentlich mal ein bisschen ärgern. Ja, ich wette Lars ist klein und klebrig. Klein bin ich, klebrig bin ich, wenn ich auslaufe. Ja, komm, mach alles kaputt. Ja, komm, mach alles kaputt. Boah, ist das Hütchen oder die Gegend? Oh, scheiß Hütchen, ey. Oh, komm in die Kiste. Ich rieche fergert. Alter, ich bin die ganze Zeit am Hütchen umschmacken. Oh, genau, die Kiste. Oh, noch ne Kiste. Die andere Kiste ist auch scheiße. Oh, diese ganzen Hütchen. So klebrig werden sie auslaufen. Ja, er saß aus nem kleinen Pillar, Mann. Was macht Jan da? Der guckt in die Ecke. Ne, warte, ich hab hier grad ein bisschen was an der Lampe umgestellt in meinem Zimmer. Ja, das Rotlicht hat nicht gestimmt. Oh, diese Milchpackung. Oh, noch eine davon. Scheiß Melone. Noch ne Melone. Alter, ich spalte dich wie ne Melone, wenn ich dich finde. Scheiß Dosen überall. Die sind auch klein, die sind klebrig werden sie auslaufen. Du bist so ne saure Milch, Alter. Ne, bin ich nicht. Okay, Lars sitzt 100% in irgendeiner Ecke und glockst unter die Map und ist ein kleiner Noob. Hier, das ist wieder typisch Lars, erst Bier saufen und dann verstecken, Alter. Ja. Nein. Nervlich ist das, wenn er das an der U-Bahn macht. Oh ja. Das ist ne Lampe. Das ist doch ultra ranzig, Alter. Ja. Ist denn hier? Haut alles um. Kloppt alles kaputt. Scheiß Gäste auch. Alles weg. Oh, leider schreitisch. Muss auf deine HP achten. Ja. Ich hab noch einige, aber... Oh Mann. Wehe. Du steckst aber nicht irgendwo in der Wand, wo man dich nicht erreichen kann, oder? Nein. Bucht mich, kann man erreichen. Hm. Ich kann euch ja einen Tipp geben, ihr seid auch schon 5.000 Mal schon feigelang. Ja, das glaube ich. Soll ja eine Zeit fürs nuken. Und ihr seid noch... Warte. Zwei, drei. Seid auch alle die ganze Zeit in der Nähe. Duke, Jan. Nein, wir haben gebodied. Ah. Dann hast du so ne kleine... Wie geil ist das denn jetzt? Na ja, was heißt geil? Irgendwie wird das langsam asozial. Sind wir jetzt schon wieder? Ja, ich sag dann noch dieses Mal und danach... Hä? Joint. Jetzt ist... Jetzt ist Kevin alleine. Kevin F2 und Hunter's Joan. Gut, dann wechseln wir mal. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass er es nicht abwechselt, aber... Okay, ich kann jetzt die Schrift auch nicht lesen, wer jetzt was ist. Oh. Okay, jetzt haben wir Gay 1 und Gay 2 sind... Ja gut, alles ausgeglichen.